Langfristige Veränderungen sind immer Veränderungen der Identität. Du wirst als Fußballer oder Fußballerin nur so viel erreichen, wie deine Identität zulässt. Denn deine Identität bestimmt deine Realität. Und wenn das jetzt alles kompliziert klingt, dann kann ich dir sagen, hör dir die folgende Story an und dann wirst du verstehen, was es bedeutet, wenn man sich selbst anders sieht und was das für Konsequenzen hat. Wir haben nämlich im letzten Academy Call genau über dieses Thema gesprochen und darüber, wie du als Fußballer oder Fußballerin deine Identität so aufbauen kannst, dass du die Wahrscheinlichkeiten erhöhst, Fußballprofi zu werden. Denn bevor du überhaupt Fußballprofi werden kannst, musst du es jetzt schon sein. Viel Spaß beim Ausschnitt des letzten Calls der High Performance Player Academy. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Story von dem sehr erfolgreichen Unternehmer, der auf einem, in Amerika nennt man das die Toastmasters. Das ist wie so eine Stand-Up-Plattform, wo jeder hingehen kann und eine Rede halten kann. Dieses eine Toastmasters, wo einer auf die Bühne gekommen ist, der ein sehr erfolgreicher Unternehmer war. Er hat viele Firmen aufgebaut, viel erreicht, viel Geld aufgebaut für seine Familie. Also der ein sehr erfolgreiches Leben in allen Belangen hatte. Und dieser Mann erzählt, dass er damals in einem sehr schwierigen Umfeld groß geworden ist. Er war eine alleinerziehende Mutter, er war ein schlechter Schüler, er ist teilweise noch nicht mehr zur Schule gegangen, zur Highschool. Er hat mit Drogen, mit Alkohol, mit vielen Dingen zu tun gehabt. Also war er eigentlich so ein Problemschüler. War jemand, der mit Leuten abgehangen hat, die ihn eigentlich auch nur noch mehr runtergezogen hat. Also im Junior-Jähr der Highschool schreibt man einen sogenannten SAT. Diejenigen, die nach Amerika gegangen sind, mit einem Fußballstipendium kennen, das ist so ein College-Eignungstest. Er wollte ihn gar nicht schreiben. Er sagt so, ich habe keinen Bock aufs College, ich will gar nicht aufs College gehen. Seine Mutter hat ihm dann so gesagt, schreibt doch trotzdem den Test, das war auch dann verpflichtend. Und er hat es eigentlich dann nur seiner Mutter zuliebe gemacht. Schreibt also diesen SAT, war vorher ein schlechter Schüler, hat schlechte Noten gehabt und so weiter. Bekommt auf einmal dieses Testergebnis zurück und hat in diesem Test eine 1480 von 1600. Also 1480 ist extrem überdurchschnittlich. Das ist hochbegabt. Und auf einmal sagt natürlich jeder, wie hat er diese Zahl schreiben können? Die Lehrer fragen sich, habe ich was verpasst? Oder haben wir was verpasst an ihm? Haben wir nicht erkannt, dass das so ein intelligenter Junge ist? Die Mutter sagt so, ey, hast du gecheatet? Du musst doch irgendwie abgeguckt haben oder so. Also der Typ sagt noch, ich habe es irgendwie versucht, aber es hat nicht geklappt und so weiter. Also anscheinend ist das mein Ergebnis. Und durch dieses Ergebnis hat er natürlich sich auf einmal angefangen, anders zu verhalten. Auf einmal hat er so gedacht, wow, ich bin anscheinend hochbegabt. Ich bin jemand, der anscheinend schlau ist. Und die Lehrer haben ihn auch anders angefangen zu behandeln, weil er sich natürlich anders gefühlt hat. Er hat dann auf einmal angefangen, mit den schlaueren oder fleißigeren Schülern und Schülerinnen Zeit zu verbringen. Hat auf einmal seine Hausaufgaben gemacht, ist zur Schule gegangen. Auf einmal hat er die Highschool noch gut beendet, ist ans College gegangen. Und hat auf einmal so diese erfolgreiche Karriere hingelegt. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das haben viele in dem Publikum gesagt, okay, der war halt vorher schlau, aber er brauchte dieses Testergebnis, um das zu sehen und anzufangen, anders sich auch zu verhalten und so weiter. Und dann, zwölf Jahre später, kommt auf einmal ein Brief von Princeton, New Jersey zu diesem dann erfolgreichen Unternehmer. Und in diesem Brief steht, dass die immer mal wieder diese Test-Taking-Procedures, die Testverfahren überprüfen. In dem Jahr, wo er den SAT belegt hat, gab es eine sehr große Verwechslung in 13 Fällen. Und bei 13 Tests wurden die Ergebnisse getauscht, aus Versehen. Und er war einer von diesen 13, und sein eigentlicher SAT-Score war 740. Also total unterdurchschnittlich. Und in dem Moment ging dann so das Raunen durch die Menge. Und alle haben sich so gedacht, ey, nur weil er diesen anderen SAT-Score bekommen hat, hat er auf einmal diese erfolgreiche Karriere hingelegt. Und dann steht dieser Mann da und sagt, nein, es war nicht der SAT-Score, der sein Leben verändert hat. Es war so zu tun und sich so zu fühlen und so zu sein, wie jemand, der diesen SAT-Score gehabt hat. Und das ist die Identität. Er hat dieses Testergebnis auf einmal gehabt, was für ihn sein Bild von sich selbst verändert hat. Auf einmal war er nicht mehr der Problemschüler, auf einmal war er der Hochbegabte. Das ist auch eine Identität. Auf einmal hat er von sich geglaubt, wow, ich bin intelligent, ich kann was Großes erreichen. Sein Glauben hat sich verändert. Dann hat er sich auf einmal anders verhalten. Er hat seine Hausaufgaben gemacht und so weiter, seine Actions wurden anders. Und das hat auf einmal die Resultate verändert. Und jetzt ist die Frage, ist es dann einfach dieses Äußerliche, was das auslöst? Und ich sage, wir müssen darauf nicht warten. Wir können selbst entscheiden, uns eine neue Identität zu geben. Verändere deine Identität. Verändere das, was du über dich selbst glaubst. Verändere dann das, was du tust und wie du es tust. Und deine Resultate werden sich verändern. Und ich kann dir sagen, du hast es bereits in dir. Du hast es bereits in dir. Du siehst es nur, weil du es schon in dir hast. Und je mehr du es jetzt schon bist, dich jetzt so verhältst, steigerst du die Wahrscheinlichkeit, es irgendwann zu werden. Bevor du Fußballprofi werden kannst, musst du jetzt schon einer sein. Ich hoffe, dass ich dir dieses Konzept in diesem Call rüberbringen konnte. Und du beginnst heute, ab heute, so zu leben, so zu fühlen, so zu denken, so zu handeln, diese Entscheidungen zu treffen. Und dann Tag für Tag dieser Version von dir selbst näher zu kommen. Und das wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß dabei. Und wie immer, gewinne dieses innere Spiel und genieße diesen Prozess. Sehr cool, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, dass die Inhalte dich als Fußballer oder Fußballerin, aber vor allen Dingen auch als Mensch, weiterbringen werden. Abonnier auf jeden Fall den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und teile es auch gerne mit einem anderen Fußballer oder anderen Fußballerin. Und falls du irgendwelche Fragen oder Gedanken zu den Inhalten hast, schreib es entweder in die Kommentare oder schreib es mir direkt bei Instagram. Und wenn du weiter auch an deinem Mindset, an deiner mentalen Stärke arbeiten möchtest und das professionell, dann kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, dir mal die High Performance Player Academy anzuschauen. Das ist ein mentales Fitnessstudio sozusagen, dein Fitnessstudio für den Kopf. Eine Trainingsplattform, wo du Monat für Monat mit gewissen Live-Calls am mentalen Bereich arbeiten kannst, zusammen mit vielen weiteren anderen Fußballern und Fußballerinnen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und falls du sagst, ich will noch individueller im mentalen Bereich arbeiten, gerade wenn du schon im Profibereich unterwegs bist, findest du unter dem Video auch einen Link, wo du dir das Ganze mal anschauen kannst. Ansonsten viel Erfolg weiterhin, gewinne dein inneres Spiel und genieße auf jeden Fall den Prozess.